Das nachfolgende Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines Finanzproduktes dar. Es handelt sich um keine Anlagenempfehlung, sondern lediglich um eine Information. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke hinterher, dann verpasst ihr hier auch nichts von Aktien und Krypto-News. Hallo und herzlich willkommen zu Aktien-News. Heute wieder Update zur Mullen-Aktie, zu dem E-Fahrzeug-Hersteller mit Batteriesparte. Ja, was immer zu der Aktie sagen, der Kursverlauf absolut desaströs und immer wieder der Hinweis, hier nur reingehen mit Geld, was ihr nicht benötigt, was ihr auch verspielen könnt und schon von Anfang an, seitdem ich mein erstes Mullen-Video gemacht habe, habe ich das gesagt. Es ist ein High-Risk-Investment, muss man sagen und meiner Meinung nach ist hier die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Turnaround kommt, genauso hoch oder genauso niedrig, wie dass es hier Gen 0 geht. Also die Chance ist meiner Meinung nach immer noch so 50-50 oder so, kann man sagen. Also es kann hier komplett nach unten gehen und es kann hier natürlich auch ein Turnaround geben. Die Produktion hat ja noch nicht begonnen. Im dritten Quartal beginnt die Produktion und dann beginnt erst dieser hohe Cash-Burn und dann wird sich erst zeigen, ob genug Geld überhaupt da ist, um diese Produktion aufzunehmen. Mullen hat ja einige Aufträge, unter anderem von Randy Marion in Höhe von 207 Millionen US-Dollar. Und da ist natürlich die Situation die, wenn die Fahrzeuge nicht gefertigt werden können, weil nicht genug Geld da ist oder der Cash-Burn zu hoch ist, dann kann natürlich so ein Unternehmen schnell in die Insolvenz rutschen. Aber gut, wir schauen erst einmal positiv in die Zukunft. Gehen jetzt gleich noch ein paar Daten durch. Auf jeden Fall droht der Mullen-Aktie der Rausschmiss aus dem Russell 2000. Und zwar seit dem 22. Mai notiert Mullen ja wieder unter 1 Dollar. Trotz des Reverse-Splits 1 zu 25 ist jetzt wieder die Aktie unter 1 Dollar und wenn sie wieder eine Zeit lang, also 30 Tage unter 1 Dollar ist, dann droht hier auch wieder ein Rausschmiss aus dem Russell 2000. Am 26. Juni wird dieser Index neu geordnet. Das heißt, das kann sein, dass am 26. Juni dann der Mullen gar nicht mehr im Index drin ist. Und aus der Nasdaq ist der Wert ja eigentlich auch mehr oder weniger, zumindest auf der Abschussliste kann man sagen. Er war ja 30 Tage lang bzw. 10 Tage lang dann wieder über 1 Dollar. Müsste normalerweise dann wieder aufgenommen werden sozusagen an der Nasdaq. Aber ist immer noch auf dieser Liste. Da gibt es hier so eine Liste über diese Unternehmen, die noch nicht kompatibel sind quasi für die Nasdaq, weil sie so und so viele Tage unter 1 Dollar notiert haben. Und Mullen steht immer noch da drauf. Schauen wir mal gerade. Ich habe es vorhin gesehen. Mullen, da haben wir also, die stehen immer noch drauf auf dieser Liste. Das heißt, es ist noch nicht klar, ob sie an der Nasdaq verbleiben. Und wie gesagt, aus dem Russell 2000 kann es sein, dass am 26. Juni dort sie auch verschwinden. Was natürlich zur Folge hätte, dass einige größere Verkäufe stattfinden würden, weil quasi wenn Index neu geordnet werden wird, werden natürlich viele, die in diesen Index investiert haben, sich von den Aktien, von den Unternehmen verabschieden, die dann nicht mehr gelistet sind. Das ist klar. Hier steht es nochmal drin, markiert ihr den 26. Juni, weil es könnte sein, dass dann die Aktie aus dem Russell 2000 verschwindet. Und da dürfen wir gespannt sein, ob hier Mullen nochmal die Kurve bekommt. Wir haben ja auch keinerlei Informationen über diesen Saudi-Arabien-Deal, der da ja stattfinden sollte, von, ja, mit diesem Lawrence Arch, der da ja eine Erfindung gemacht hat, um die Reichweite der Batterien zu steigern um 60, 70 Prozent. Und da hieß es, dass da die Saudi-Arabis, beziehungsweise die Saudis da mit einsteigen wollen und da irgendwie eine riesen Finanzspitze von 10 Milliarden geben wollen. Ja, bis jetzt hat man nichts davon gehört. Der Kurs hat sich diesbezüglich auch nach Süden weiterentwickelt und für mich ist dieser Lawrence Arch und auch der CEO, das sind für mich die Master of Disaster, muss man sagen. Da gibt es immer nur so, ja, ein paar News, die dann nicht richtig bestätigt werden oder wo dann der CEO dann nichts rauslässt an News und kündigt irgendwas an, was dann doch nicht kommt. Und dieser Lawrence Arch macht für mich jetzt auch nicht gerade den seriösesten Eindruck. Ich bin hier investiert nach wie vor in Mullen. Ich verkaufe jetzt nicht jetzt den Kurs. Ich meine, ich habe jetzt schon sehr, sehr viel verloren an Geld hier bei Mullen. Was heißt sehr, sehr viel? Ich habe nicht so viel investiert, aber es ist natürlich schon viel, einfach mal was zu verlieren, wo man sich sagt, ja, das ist quasi verbrannt worden von einem Unternehmen, weil ständig wieder neue Aktien auf den Markt gekommen sind und weil, ja, weil einfach diese, diese Zuverlässigkeit nicht da war von dem CEO und dass da einfach, ja, eine Verlässlichkeit nicht da war. Man hat einfach im Prinzip eine, ja, einen, einen seltsamen CEO, muss man wirklich sagen und, ähm, Aufträge, die da sind, aber bei denen man nicht weiß, ob sie abgearbeitet werden können. Eine Bilanz, die erschreckend ist, Gordon schlecht ist und, ähm, hier hat man halt investiert, um, in der Hoffnung, dass natürlich hier ein Turnaround kommt und dass sich das irgendwie bessert, aber bisher hat sich da nichts gebessert, muss man sagen und, ähm, jetzt ist eigentlich von meinen, keine Ahnung, was habe ich investiert, irgendwie 1.200 Euro oder so was, da ist jetzt irgendwo, sind da noch vielleicht so 400, 350, 400 Euro übrig, die ich jetzt aber auch drinnen lasse, ähm, bei dieser Aktie und, ähm, das ist dann so ein Leergeld quasi, was man dann bezahlt hat, aber bei diesem High-Risk-Investment ist es halt einfach so, ähm, da geht man halt nur mit Geld rein, was man nicht benötigt und, äh, für mich ist das jetzt kein Problem, das Geld hier zu verlieren, aber ärgerlich ist es natürlich, weil man merkt irgendwo, dass hier Versprechungen gemacht wurden, die dann irgendwie nicht gehalten worden sind und, ähm, dass da eher ständig so mal so ein bisschen hingehalten wird und eine ständige Verwässerung dieser Aktie stattfindet, aber wie gesagt, ich bleibe jetzt weiter dran am Ball und, ähm, hoffe doch noch irgendwie, hier, ähm, rauszukommen, zumindest, ähm, mit dem Einsatz, den ich hier gemacht habe oder vielleicht sogar noch mehr, wer weiß, vielleicht kommt ja dann doch noch ein Short-Squeeze. Wir haben ja, ähm, hier die, dieses Short-Invest, nach wie vor von über 20%, was wirklich sehr viel ist, wenn sich die Short-Seller eindecken müssten oder würden, weil hier vielleicht eine Finanzspritze von Saudi-Arabien kommen würde, dann, äh, könnte dieser Kurs natürlich schon auch, ähm, explodieren, vor allen Dingen, wenn halt die Investoren ihre Aktien halten und nicht verkaufen und da wir ja hier auch viele Apes drin haben, die auch bei AMC drin sind, sind es ja gewohnt, sagen wir mal so, äh, ja, diese schlechten News, beziehungsweise, was das bei Good News auch der Kurs weiter runter geht, weil hier gab es auch genug Good News, muss man sagen, aber der Kurs hat da nicht drauf reagiert, weil hier müssen erstmal Zahlen folgen, bevor, äh, quasi hier überhaupt irgendwas passiert, es müssen positive Zahlen kommen und solange die nicht kommen, wird hier auch nichts passieren. Wie gesagt, der Kurs, desaströs hier, hier war der Reverse Split in diesem Bereich und jetzt, äh, sind wir wieder unter einem Dollar und, ähm, ja, eigentlich kennt der Kurs nur eine Richtung, muss man sagen, und, äh, aber hier folgt da zumindest eine, ein Verkaufssignal, hier ist das Verkaufssignal generiert worden und seitdem geht es hier nur noch runter, ähm, wir haben ja gesehen, bei der AMC-Aktie, da ist es, ähm, anders proportional, da werden Verkaufssignale generiert, da geht der Kurs nach oben und bei Kaufsignalen geht er nach unten, also da ist das alles ganz anders gelagert, dieser Betrug, der da irgendwo stattfindet am Aktienmarkt, aber hier folgt der Kurs schön diesen Signalen, wie gesagt, Verkaufssignal und der Kurs schmiert hier ab schon seit Ewigkeiten, seit März ist dieses Verkaufssignal da und seitdem ist der Kurs auch nur, ähm, in Richtung Süden unterwegs, ähm, das haben wir jetzt schon gesehen, ja, und da gab es eine positive Nachricht und zwar, ähm, Mullen hält eine Finanzspritze in Höhe von 20 Millionen US-Dollar und, äh, gibt dafür auch 242 Millionen Mullen Aktien auch weiter, äh, verkauft die weiter und, ähm, ein Unternehmen, Achiritas Capital, Achiritas Capital, keine Ahnung wie es ausgesprochen wird, das ist das hier unten und zwar, ähm, die geben die Finanzspritze in Höhe von 20 Millionen und das restliche Geld wird dann quasi am, ja, das sind nochmal 45 Millionen Dollar, die nochmal ausstehen, am 12. Juni werden die noch ausgezahlt, das heißt, hier kommt ein bisschen an Cash rein, ob das jetzt genügen wird für eine Produktion, ob das genügen wird, um, ja, um hier diese Autos, diese Fahrzeuge, die man schon im Auftrag hat, zu produzieren und dann guten Umsatz, positiven Umsatz zu generieren, das werden wir sehen, wie gesagt, hier heißt es auch abwarten und Tee trinken, für denjenigen, der bis jetzt noch nicht verkauft hat, ähm, und für neue Investoren natürlich nur reingehen mit Geld, was ihr nicht benötigt und, äh, wo ihr sagen könnt, okay, das ist dann auch irgendwann mal weg vielleicht, dann, äh, ist das hier alles kein Problem, da kann man hier dann solche Durstrecken hier aussetzen, aber wie gesagt, es gibt immer wieder Good News, viele Aufträge, aber, ähm, momentan der Kurs, wie gesagt, ein reines Desaster und für mich der CEO und dieser Lorenz Harts, äh, natürlich die absoluten Master of Desaster, muss er wirklich sagen, ja, bekommt die, äh, Mullen-Aktien noch die Drehung, ähm, ja, schwer zu sagen, muss man sagen, also ich, ich denke, hier besteht die Chance 50 zu 50 irgendwo, dass es dann doch nochmal, ähm, glimpflich abläuft, ähm, wir werden sehen, momentan sieht es natürlich äußerst schlecht aus, weil der Kurs halt total im Keller ist und wenn es wirklich nochmal aus dem Russell 2000 rausgeht, wird es nochmal weiter runtergehen und, äh, wenn die Nasdaq die, äh, die Aktien nicht wieder aufnimmt, dann wird vielleicht noch ein Reverse-Split stattfinden, es kommen immer neue Aktien auf den Markt, das heißt, es wird immer weiter verwässert, also hier gibt es eigentlich keine wirklichen positiven News, hier gibt es nur eine Hoffnung, dass vielleicht irgendwie dann doch noch ein Turnaround kommt, in dem die Fahrzeuge hergestellt werden, die dann quasi, ähm, ja, bestellt wurden beim Mullen und dass die dann verkauft werden und dann der Umsatz dann sich doch anders da entwickelt, beziehungsweise das Unternehmen überhaupt Umsatz generiert und hier, ähm, was verdient. Gut, das war's jetzt von meiner Seite aus zum Update von Mullen und, ähm, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und die Glocke der Leute, damit ihr nicht verpasst von Mullen und von anderen Aktien und auch Kryptowährungen. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss!